Oder? Doch, ne ist richtig. Freitag. Der hab ich zerstört. Der hat meinen Boll geblackt. Ja, Rewe. Oh, falsch geschrieben. Ja, ja. Dann geh doch zu Netto! Pass auf, wir können auch noch Totolotto da rein. Ähm, verarsch mich. Kein Booster, Alter. Ich wollte ihn reinschießen, aber ich kam nicht mehr schnell genug hinterher. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Hab ihn weggerammt. Toni? Eike? Ein Boost. Ach, scheiße. Okay. Hab ihn doch Totolotto. Ja, war beide dran. Alles, alles. Der geht. Alles cool. Alter, ich muss hier alles wegrammen. tony steht da wieder perfekt mit seiner hässlichen kackfresse ist so nachkommen ja nehmen wir noch die buß vor der nase also jetzt wollen mich hier zum ende noch mal richtig abfahren ich wollte ihn gerade nicht war aber zu spät oben das wird das wieder von glitschie baldo schoss ich dachte er geht rüber läuft hier wieder super die ganze paketverlust ist fakt so ab 100 abhängen 113 ich kurz ab und so krasse verzögerungen alter piping jetzt bin ich auch gesprungen den überhaupt gekriegt haben wir machen neue runde ich habe gleich noch mal eine neue scheiße wozu aufnahme weg oder wo es auch immer da wir hängen direkt eine neue runde kann man lassen mal mit bei ja jetzt ping wieder gut leck mich am arsch ja irgendwie habe ich auch manchmal das gefühl liegt an den servern oder so aber ich weiß auch nicht jetzt ist gang mal den ersten gang rein nach vorne nein block ihn richtig und richtig und wichtig richtig und richtig und wichtig ja ich habe ja auch schon gedacht ja da hat er eben vor mir ja 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 ich bin dumm knäckebrot dumm knäckebrot das ist gar nicht so dumm das knackt ja wenigstens ach ich schade mich verarscht ja er konnte halt noch schießen ja 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 ich habe gewartet wäre nicht ohne grund da wie so eine schnecke da an der wand lang ja wenn du da einmal abspringt kannst du dann quasi am besten rein theoretisch dann hin fliegen aber den dann auch treffen gibt es nicht ach du ja ja ich mich zerstören wollte ja 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 man muss auch was ich dachte ich war laden sich und sein geschenk Fick dich. Fahr weiter, ah scheiße. Power Schuss. Ja, wenn das schnell nochmal. 22, nicht gut. Wie der andere immer direkt angeschissen kommt, ne? Ja. Könnte kotzen. Schön, mach einen weiter. Der ist schön. Da ist er drin, ah ja. Oh. Da werden wir gerade noch wieder springen und schießen, hast du gesehen? Gerade Räder oben, ey. Ne, ich bin in dem anderen Spiel. Achso, ja gut, dann ist es okay. Fallout? Das war sowas von knapp. Hast du die Serie hier eigentlich mittlerweile durch? Nein. Junge, mach dich fertig. Nein, du rumschwitzst noch mal. Ja, ich wusste nicht, ob du da... Oh, der andere kommt. Ja, oh, ich seh nix, mein Fernseher schaltet sich ab. Nicht gut. Ah, da ist nix, ist gut. Fernbedienung. Scheiß, ich hab mich verklickt. Jetzt. Oh. Hm. Kein Boost. Oh. Oh, ich lass dich. Ich lass dich. Ich lass dich. Power Schuss. Power. Oh. Der wär vielleicht geil gekommen. Oh, scheiße. Nein. Kann doch nicht sein. Oh, der andere fliegt schon wie Sau. Naja. Für dich. Ich verlängere. Oh, scheiße, da kommt er zu ihm. Perfekt. Oh. Oh. So. Wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So, was schönes hat man lange nicht gesehen. So, was schönes hat man lange nicht gesehen. So, schön. Nein. So schön. Oh, schön. Genau. Sing ich hier doch grad auch. So, ist es. Oh, da hast du ihn ausgetrickst. Ja, aber dann stand ich doof zum Ball und zum Tor. Ja, ein weiter. Ja. Ja. Schönes Ding. Nein. Das ist ein Witz. Wie hat er den denn noch gekriegt? Der war volles Ball geschossen. Oh, ich bin drauf geheizt. Der auch? Oh, war der irgendwie gedippt? Fick dich. Dass die da immer vor mir dran kommen, ich verstehe es nicht. Nein. Zu langsam, ey. Ich hab gefakt. Das war mich selber. Er wollte mich faken. Mann. Du hast wieder gefakt. Schön, eigentlich. Nee, ich bin nicht dran gekommen. War mit der Drehung zu langsam. Er hat den. Ja. Der kann doch so langsam mal keinen Boost mehr haben, oder? Schön, ich wollte auch. Der ist drin, oder? Schön. Richtig. Richtig. Genau. Richtig, richtig. Oh, meine Fresse, ey. Ja. Ja. Puh. Ja. Ja. Du hast diese Deine. Ja, ich hab keinen Boost. Hast du? kannst du ja aber ich habe ich nicht ja ich habe gemacht aber schön genau ja es hat gereicht top sehr schön ja kommt ein segment noch dran war ja würde ich sagen das andere war eine aufgabe früher machen wir ja wo die hodges oder ein er war nicht gut geschossen ein buchst du nicht und zerstört da kommt auch genau dran aber ich habe extra flach geschossen der ist gesprungen aber in den booster geklaut der andere mich zerstören kriegt aber nicht hin sagst du nicht wirklich trifft das tor nicht mit gleich kam ergeben ja der will zerstören weil ich ihn zerstörter hat sich zerstört wie dumm ist er denn das war er die nicht gut kein bus von eckbus schön ja 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 warst du weil ich ihn gerammt oder wir uns gerammt haben das war dumm war dumm bei links ich habe keinen beruhs schön endlich da ist das ding schön schade gibt es nicht sehr gut gewesen schön ja glaube in den bus der kommt gut hat aber den habe ich nicht gut doch gut schön und jetzt zur mitte schön jawohl jawohl ich glaube ich habe den xx gestartet ach so und dann oh Gott höhlenangst 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 auch gut er kommt nicht und sobald erst recht nicht ja schade ich habe den ecken so schnell ja oh Gott sorry war nix alles gut die mich weg haben wollte die dumme so die versuchen hier ich weiß nicht was aber versuchen das ja Gott da habe ich den übel zu uns hingehauen ist der irgendwie angefressen oder was weiß nicht was mit dem ist soll ich den mal zerstören kann man machen wo ist er denn wo ist er denn scheiße ja mach selber voll zur ecke guck dir das an pass auf der andere war aber auch gut drauf ja wa ja wa ein ruhiges mitglied oder was ist er glied mit mitgerammt ha 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 ich komme in die Hörne es ist mir scheiß egal schade einmal nach hinten lenken ja wollte ich war ein bisschen ich fall doch oh Gott ich ne doch nicht ich bin über alle Ecken vom Auto gestrumpelt ey wir haben verlassen über alle Ecken vom Auto gestrumpelt auch wunderschöne ahhh okay b b b b b b